Nicht erst seit dem Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine sind weltweit Menschen von Konflikten und Kriegen sowie deren Folgen betroffen und bedroht. Das Thema Krieg und Frieden beschäftigt und begleitet die Menschheit schon immer und es kann dabei von größeren, kleineren Konflikten, Disputen, Kriegen oder Krisen gesprochen werden. Nach Untersuchungen der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung wurden 2020 weltweit 29 Kriege und bewaffnete Konflikte geführt. Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft führt dabei eine jährliche Erhebung seit 1986 durch und definiert Krieg als gewaltsamen Massenkonflikt, der folgende Merkmale innehat. Es sind mindestens zwei Konfliktparteien mit jeweils mindestens einer Streitkraft an dem Konflikt beteiligt. Der Konflikt wirkt eine gewisse Kontinuität der Konfliktparteien und ein Mindestmaß an einer gewissen Konfliktorganisation im Rahmen des bewaffneten Kampfes. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung befasst sich ebenfalls mit dem Thema, versteht den Begriff hingegen aber sehr viel weiter und beziffert nach der aktuellen Ausgabe des sogenannten Konfliktbarometers Die Anzahl der Konflikte weltweit, also die Dispute, gewaltlose, aber auch gewalttätige Konflikte und Krisen bzw. begrenztere und unbegrenztere Kriege im Jahr 2020 auf insgesamt 359. Die meisten der darin enthaltenen Konflikte, also 146, hatten eine Veränderung der ideologischen, religiösen, sozioökonomischen oder rechtlichen Ausrichtung des jeweiligen politischen Systems oder die Änderung des Regimetyps innerhalb des jeweiligen Landes als Gegenstand inne. Im Rahmen der Forschung wird hierbei nach dem Grad der physischen Gewalt sowie den eingesetzten Mitteln, also dem Waffen- und Personaleinsatz und den Folgen des Konfliktes, also Flucht, Todesopfer oder Zerstörung unterschieden. Auf die ein oder andere Weise sterben bei Konflikten und Kriegen immer Menschen und es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Menschheit in ihrer Entwicklung überhaupt in der Lage ist, diesen Zustand der Gewalt irgendwann mal zu überwinden oder eben nicht. Die weltweite Zahl der militärischen Konflikte steigt seit Jahren an, so das Diplomatic Council in dem Buch Die Unmacht der UNO von 2019. Jeden Tag kommen dabei im Schnitt 500 Menschen allein durch die gewalttätigen Konflikte ums Leben. Das sind 182.000 Kriegstote pro Jahr. Sie sind also weit von einer friedlichen und konfliktfreien Welt, die sich die allerallermeisten Menschen natürlich wünschen, entfernt und erleben jetzt im Rahmen des Angriffs auf die Ukraine einen weiteren schwerwiegenden Völkerrechtsbruch bzw. einen Angriffskrieg von einem Regime und von Wladimir Putin. Die Annexion der Krim, das Gefangenenlager in Guantanamo, Irak, Afghanistan, der kulturelle Genozid an den Uiguren, der Drohnenkrieg und jetzt der Angriff auf die Ukraine. Was bringt eine Friedensordnung, Klammer auf, ein Völkerrecht repräsentiert durch die Vereinten Nationen und den UN-Sicherheitsrat, wenn sich keiner daran hält, Beschlüsse wirkungslos sind bzw. von den fünf Vetomächten blockiert werden und wenn es ein sogenanntes Zweiklassenvölkerrecht gibt. Gleichwohl stehen sehr viele vernünftige und gute Punkte in der UN-Charta, in den Artikeln der Vereinten Nationen und es ist wahrscheinlich im aktuellen Zustand der Entwicklung der Menschheit das Beste, was wir haben. Aber wie wäre es mit einem kleinen Update, einer Art Neuordnung, einer Neudefinition des Grundverständnisses des friedlichen Zusammenlebens, um eben Konflikten präventiv vorzubeugen, Diktaturen möglichst zu entmachten und Sicherheit für die Menschen und Menschenrechte zu gewährleisten. Kurzum, wir brauchen eine neue weltweite Friedensordnung und eine neue Konfliktpräventionsstrategie. Dazu brauchen wir eine Neudefinition des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Völker und Länder, die sich diesem Bündnis anschließen wollen. Und wir brauchen eine offene und ehrliche Aussprache darüber, was Völkerrechtsverletzungen waren oder vielleicht sogar noch sind. Wir brauchen gleichberechtigte Strukturen der verschiedenen Länder in diesem Bündnis, im Rahmen der Vereinten Nationen und somit eine Art Koalition aus vielen verschiedenen, möglichst vielen liberalen, friedlichen Demokratien auf diesem Planeten. Wir brauchen den Ausschluss von Diktaturen, autokratischen Ländern und Scheindemokratien aus diesen Strukturen. Wir brauchen eine Verurteilung und Beendigung aller Völkerrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in diesem Bündnis. Ebenso ist eine weltweite Kooperation und gegenseitige Unterstützung auf allen möglichen Ebenen dieser verschiedenen Länder, die sich zusammenfinden, nötig, um Konflikten vorzubeugen. Langfristig vorzubeugen müssen wir die Grundbedürfnisse der Menschen in den jeweiligen Ländern erfüllen und ihnen Perspektiven geben. Ebenso müssen wir uns wirtschaftlich und finanziell möglichst unabhängig machen von Diktaturen und Scheindemokratien. Die aktuelle Welt ist leider nicht friedlich und wir brauchen dahingehend natürlich auch eine Gewährleistung einer effektiven und gemeinsamen weltweiten Verteidigungsfähigkeit in diesem Bündnis. Und wir müssen dazu maximal die Machthaber und Diktatoren in den anderen Ländern, die nicht in diesem Bündnis sind, sanktionieren. Aber wir müssen gleichzeitig auch versuchen, Diplomatie zu betreiben und immer Gesprächsangebote zu machen. Vor allem müssen wir den Menschen in Diktaturen und autokratischen Staaten ein Angebot machen. Wir müssen sie aufnehmen, wir müssen ihnen Asyl geben und die Möglichkeit einer Perspektive in Frieden zu leben, in einer liberalen Demokratie zu leben und sich zu verwirklichen. Wir müssen so gesehen dem Machthaber die Bevölkerung entziehen. Wenn die Menschen wissen, es gibt eine vernünftige, friedliche Alternative, wo sie sich verwirklichen können, wo sie sicher sind, dann werden sie, wenn sie die Chance haben, das auch in Anspruch nehmen. Sofern sie nicht aus den Ländern rauskommen, sofern sie dort quasi schon fast gefangen sind, müssen wir von außerhalb natürlich versuchen, diese Menschen und Organisationen zu unterstützen und zu fördern. Weitere langfristige notwendige Maßnahmen sind zum Beispiel die weltweite Abrüstung und Beendigung dieser Kriegs- und Aufrüstungslogik, der maximale Aufbau und Ausbau der regenerativen Energien auf weltweit 100% und die damit verbundene langfristige Versorgung der Menschen in diesen Ländern, in diesem Bündnis durch Wind- und Sonnenenergie, die wirtschaftliche und soziale Angleichung als ein Ziel innerhalb dieses Bündnisses, also Lohn, Einkommen, Vermögen, Bildungschancen, Versorgung bzw. den allgemeinen Wohlstand der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern. Damit verbunden natürlich der Aufbau einer nachhaltigen und umweltentlastenden Gebrauchswirtschaft im Rahmen des Klimawandels und zum Erhalt unseres Planeten. Letztlich brauchen wir natürlich auch noch eine Angleichung der weltweiten Vermögenskonzentration. Das Vermögen ist bei sehr, sehr wenigen Menschen sehr, sehr hoch konzentriert. Das muss ein Stück weit angeglichen werden. Es soll auf jeden Fall Unterschiede geben, aber es darf keine Maßlosigkeit geben von Einkommen und Vermögen, weil damit sind natürlich auch Möglichkeiten, Chancen und Perspektiven verbunden bzw. es trägt ein Stück weit zur Konfliktprävention bei. Die genannten Punkte und Maßnahmen sind natürlich immer im Verbund zu sehen und setzen natürlich die Bereitschaft von den liberalen Demokratien voraus. Um wirklich effektiv den Frieden zu fördern und den betroffenen Menschen in Kriegs- und Krisenregionen zu helfen, brauchen wir eine ganzheitliche, weltweite, ehrliche Strategie dieser liberalen Demokratien, eine Neuausrichtung des Völkerrechts und eine maximale Zusammenarbeit der willigen Länder. Wir müssen uns dauerhaft und langfristig für den Frieden und die Freiheit einsetzen, den Menschen eine gute Alternative, gute Perspektiven ihnen Schutz bieten und uns so schnell wie möglich wirtschaftlich und energietechnisch unabhängig machen. Falls ihr jetzt denkt, das sind ja gute Vorschläge, aber das ist ja ziemlich utopisch und unrealistisch, dann habt ihr aus meiner Sicht schon den ersten Fehler in Anführungsstrichen begangen. Dies ist keine Frage von Ressourcen, von Technik, von Platz oder von der Versorgung der Menschen. Dies ist eine fundamentale System- und Willensfrage im Hinblick auf ein neues Verständnis des friedlichen, demokratischen und kooperativen Zusammenlebens der verschiedenen Länder und Völker in ihrer soziokulturellen Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Humanistische Grüße und vielen Dank fürs Zuschauen.